Ja Leute, ihr könnt euch dieses Video nicht ansehen. Vor 2023. Jawollski. Das bedeutet, dass ihr ungefähr ein paar Wochen warten müsst, um dieses Video zu sehen. Aber Sheetop, wie bist du dann hier? Wie hast du auf dieses Video geklickt? Bist du ein Hacker? Okay, okay. Du hast mich tatsächlich erwischt. Du kannst dieses Video bis 2023 sehen. Aber nach 2022 kann es niemand mehr sehen. Weil ich dieses Video privat machen werde. Am 31. Dezember 2022 um genau 23.59 Uhr. Damit Leute ab 2023 dieses Video nicht mehr ansehen können, also like das Video, um Teil der Geschichte zu werden. Schreibe in die Kommentare. Ich war hier. Hinterlasst eure Spuren in der Geschichte. 2022 Zuschauer. Ihr seid wahre Legenden. Abonnieren bitte nicht vergessen. Habt einen fantastischen Tag.